hallo ihr lieben alle jahre wieder so heißt das motto dieses kleinen videos heute ist der dritte advent es ist gegen 39 ich verabrede mich mit herrn blomberg gemeinsam durch die stadt zu gehen und uns anzuschauen wie sich bei wirthofen weihnachtlich und winterlich verändert hat es ist wie gesagt erst nur 30 und es sind noch nicht die meisten leute unterwegs so 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 Amen. 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 Amen.